Hier kann ich ein schönes Sibirium wegbauen ja die reifen einfach mal an schön Ich weiß nicht was das soll aber die wollen es halt. Wieso ist mein Bau so beschädigt? Ah da kommen immer mehr so kann das irgendwie nichts werden habe ich das Gefühl was soll ich machen was machen sachen Der ist tot aber ich bin zuversichtlich dass das noch was wird Ja stimmt jetzt habe ich endlich Platz für meine Waffenfabrik gleich Herrlich genau das war meine Absicht Genau das Ja und da kommt immer mehr Ich weiß noch nicht Was soll ich tun? Ok ich glaube ich muss sich doch hier links aufstellen aber da kommen sie doch auch wieder bestimmt Ich brauche einfach am Anfang ganz viele Einheiten scheinbar Vielleicht kann ich es da noch irgendwie lösen Infanteristen am Mars denn die Türen kosten zu viel Gut hier geht es nicht weiter Hier wäre ich eigentlich schon eingefärscht wie ich mir das vorgestellt hatte Lad nochmal den Ähm Auraxirus Der kommt aber weg Aber ich nehme gleich noch drei Leute Cool Davon muss ich nämlich erstmal ganz viel bauen die sind jetzt am wichtigsten Wobei auch Grenadiere nicht verkehrt sind Gegen die Gegnerischen Infanteristen Hier greift ihn an Solange sie mich nicht überfahren Ich kann ja mit X ihm sagen die sollen sich verteilen Tja aber irgendwie machen sie es nur halbherzig und toll Jawohl Die sollen sich nicht auf den Verein Ihr seid doch toll Ja der fährt einfach weg Der Sack Der wird eh gleich wieder her fahren Deswegen wieder Tu schon einfach Verfolgen Toll Erstmal auf dem Boemen Panzer Aber ich brauche schon Grenadiere und so voraus Oh weil der hat mein eigener Sammler den Titel everвой die fahren alle weg warum denn die schüsse können die hier sind gut da muss ich ja sagen ich mag genadiere so reicht das jetzt erstmal sind wir jetzt in ruhe hier wäre schön wenn ich das noch retten kann hier noch mal von vorne beginnen muss dafür brauche ich eine wasmer weg die ich schon mal angefangen habe zu bauen ich hoffe ich kann sie hier aufbauen sonst ist das nicht auch wieder kacke vielleicht kann ich mich mit zandsäcken irgendwie erst mal absichern ohne schoss der schießt nicht ernsthaft ernsthaft jetzt flammen nach mir xxxx verteilen sie sich ja ich liebe es ja gegen ihn habe ich keine chance es sei denn er lässt mich jetzt weiter ja nicht schießen nicht schießen nicht schießen gut gut perfekt warum schießt eigentlich nicht schon blöd der typ vielleicht muss er seinen tank irgendwie aufladen heiß geschossen so genau das ging gerade so gut genau richtig wenn sie jetzt noch mal kommen irgendwas dann oder da kommt schon wieder was an soll ich deren ernst jetzt schon wieder neue einheiten wenn die mich mal ein bisschen in ruhe lassen würden könnte ich wissen was aufbauen aber bis jetzt wo wir alle schon wieder beschädigt ist zumindest die wichtigen gebäude mal gucken ob man gegen artillerie mit dem grenadierende chance hat der schon fast tot ist verstärkung ist eingetroffen vielleicht lässt er mich auch einfach in ruhe die hoffnung steht gestoppt abgebrochen nicht auf siberium das böse mist er hat es zugemacht was lasst mich in ruhe ihr säcke das ist ja ihre waffenfabrik ne vielleicht geht er auch wieder ich hätte vielleicht einmal lassen sollen oder rack zero ist sehr genial aber eine artillerie ist auch gegen nein 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 ok ich habe einen sammler jetzt ja lecker jetzt einfach hier auf die strauche messen ähm ich brauche auch eine werkstatt ich sollte mich endlich um abwehrverteidigungslagen kümmern aber ich sehe es nicht ein überfahr ihn überfahr ihn ich überfährt ihn nicht er kommt ja nicht durch gut ich baue einfach ein grenadier dann haben wir das hinter uns ich brauche deine hilfe ich rufe dich es kann nicht wahr sein dass der einfach abhaut das kann nicht wahr sein verschwende nicht meine zeit junge danke alter schwede abgebrochen wie es schon beinah kaputt ist wenn er mich jetzt in ruhe lässt der feind von weichen dann kann ich es noch schaffen komm schon schaffst du schneller sammler ich glaube das ist die alter kann doch nicht wahr sein was ist jetzt stärker eigentlich ist sonst der spazier ist nicht gerade stark unter normalen umständen aber reparatur ist jetzt auch das stärkste wenn die jetzt weg ist habe ich ein problem ein dickes und vor allem der sammler ist auch verschwunden weil er noch drin war schön das ist doch schön dann baue ich halt noch ein paar leutschen das dumme ist sobald so ein flammpanzer kommt habe ich probleme deswegen bräuchte ich auch mal ein panzer irgendwann am besten jetzt aber ich habe noch keine waffenabrik das ist das problem das ist ein sick problem er haut wieder ab aber ich brauche trotzdem noch wieder an dir dann repariere ich mal ein bisschen habe ich lange nicht mehr gemacht bevor ich irgendwas anderes mache und die stelle ich halt schön weit nach oben aber kühlen ritt das lied ist schön so jetzt markiere ich sie alle drücke x und sehe was passiert ok sie verteilen sich also es geht doch so ein bisschen dann speichere ich jetzt wieder mal auf 4 hier auf 4 und jetzt kommt die waffenabrik ja alles geheilt hier an gebäuden mit pflastern und medizin ein bisschen auseinander bitte wenn er gleich mit flammpanzer aus dem nichts auftaucht ist das ganz ungesund ja der kann auch dazwischen ja ja in der zweiten reihe sind halt weniger das kanonenfutter sondern die effizienten lakse ruhe grenadierer ein sammler ist eh ein witz ich brauche endlich den zweiten das erste was ich gleich brauche er schaffe noch habe ich ruhe vielleicht war es ganz gut als die artillerie nicht zerstört habe gerade vielleicht denken sie jetzt müssen wir uns erst mal nicht drum kümmern wäre das nicht schön aber dass sie hier einfach hochschießen können das ist schissen die mission ist gar nicht mal so leicht und macht auch jetzt nicht gerade so viel spaß weil man erst mal reinkommen muss aber durchaus der schwierigkeitsgrad ist angemessen für die letzte mission jetzt kommt der wieder aber nochmal lass ich mich wieder gehen okay dieses mal wirst doch du sterben hauptsache keine flammpanzer alles andere ist in ordnung alles andere geht mir sonst wo vorbei boah ein schuss drei leute weg oder noch mehr boah wieso ist der gegen Infanteristen so stark das wusste ich gar nicht das habe ich beim letzten mal auch schon überraschend festgestellt also vom letzten laden das ist schockierend ich dachte gegen panzer wäre der stark aber gut bei tibirien san war das genauso ein schuss und dann war der riss tot neue ich baue jetzt ein sammler ich brauche nämlich geld aber ich speichere immer wieder zwischen jetzt ich habe ja gesehen sonst geht es ganz schnell schief und das darf ich nicht zulassen das licht brauche ich mal am ende nachher wenn ich gerade am gewinnen bin gehen wir mal davon aus dass ich das hinkriege das ist ein bisschen mehr bild im bild lalalala ja jetzt baue ich meine basis hier rein und dann kann da kein tibirium erwachsen ist das nicht schön nicht wirklich ich hätte wenn ich ein panzer hätte könnte ich diese ganzen bäume versuchen weg zu schießen wahrscheinlich nebenbei mein eigenes gebäude zu zerstören schön blablabla ja und was bringt es das jetzt hier also ich sehe kein neues Sibirium gerade in diesem bereich nicht so effizient das Teil jetzt machen sie gar nicht doch da kommt was ganz wenig aber auf dieser seite halt eher arbeitet der dafür erstmal mit oder was macht das Ding hat nicht gereicht für neun sammler bisher schön nicht ja ob ich das überlebe raxieros brauchen grenadier einen klick ein grenadier ok mal gucken ob es reicht obwohl raxieros sind glaube ich auch nicht so schön wow einfach mal alle geplättet alle oder nichts ich will unbedingt den sammler ich werde den jetzt nicht wieder abbrechen kann es doch nicht sein ich muss hier mal vorankommen ja leckmisch sekunde jetzt erstmal noch ein grenadier der sollte reichen dann bauen wir ein panzer braucht erstmal ein bisschen ja die kommen wir nicht raus oder was ne wegen den sammlern halt was 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 macht die dafür schwuggelspiechen ja super aber ist ja schön hingebaut die waffen aber es ging halt nicht anders fangen wir dir auch oder wollt ihr eigentlich nur rumstehen und dem nicht im weg stehen wäre toll wäre toll ja gut hätte eine gereicht aber zwei sind auch nicht verkehrt denn gleich kommen sie eh wieder und dann habe ich verloren wahrscheinlich aber zwei sammler jetzt im momentchen sollte ich mal ein bisschen ausreichend geld haben gleich hoffentlich wo fährt er jetzt hin er will da warten ok normalerweise warten sie ja mal hinter der raffinerie auf den anderen ich sag mal könnte sinnvoll sein damit sie sich hier nicht wieder im weg stehen was hast du vor die kriegt verstärkung aber ich nicht nein es fahr ihm genau rein ja am besten das ist eine gute idee nicht warten bis er weg ist nö ja schön schlau gemacht mal gucken wie oft das noch passiert ich muss irgendwo anders eine raffinerie noch eine waffe noch weg hinstellen raffinerie auch denn das tiberium ist ja gleich alle ja und jetzt was macht er ach da kam wahrscheinlich schon irgendwie ein bauhaus wohin oder was ich brauche Mammuts ähm ich brauche aber erstmal da drüben noch eine raffinerie wie wie baue ich denn da noch eine raffinerie ich kann vielleicht einfach hier rüber alter was wollen die jetzt was wollen die von mir wird gebaut zurück kommen die hier nicht hoch die müssen hier also vorbei und das sollten sie gar nicht schaffen ich überlege gerade was ich baue ich brauche noch eine raffinerie ja die sind ziemlich dumm dass sie da ohne Unterstützung einfach durchlaufen wollen ja und ich treffe mich natürlich selber schön ja die hätten vielleicht mal zuerst kommen sollen machen die jetzt immer dasselbe hier bitte nicht komm schaffst du komm da schneller durch danke nein schon wieder jedes mal dasselbe jetzt oder was was soll denn der dreck da muss ich immer aufpassen das sind rags hier was der hat mein panzer jetzt schlechte karten dabei habe ich ihn gerade erst gebaut breche auf in Ordnung jawohl 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 na also ich brauche jetzt nur noch ein bisschen aufzudecken und hoffe mal dass der feind die raffinerie denn nicht angreift wenn er hier vorbeikommt hier war doch irgendwo noch die berium breche auf aber auch so ein feindlicher turm ich mache erst mal ein sicherheitssichtchen über die notteile aha gut ich gehe schnell wieder zurück und hoffe einfach echt dass die diese raffinerie dann einfach in ruhe lassen falls ich sie hier hin bauen kann ich hoffe dass ich sie hier hin bauen kann das wäre so wichtig das müssen die gleich nämlich eh da rum fahren ja schön hoffnung voll erfüllt aber es gäbe noch die möglichkeit damit mal gucken ob das klappt theoretisch sollte es klappen konstruktion fertig ja wo kann ich es hin bauen hier hin wird gebaut konstruktion fertig man kann nicht wie bei Tiberian land oder wo das war sagen gleich ganze strecken machen damit immer nur ein einzel sehr klug 50 dollar immer kann man mal ausgeben nebenbei kann ich Panzer bauen sonst kommt gleich wieder wir brauchen sie los ich glaube das ist prinzipiell gar nicht so schlecht ja der ist vielleicht dumm der Sammler kommt der da auch raus hoffentlich guck mal kann ich jetzt hier nämlich zumachen dann geht er da nie wieder rein haha das ist eine gute Idee ja und dafür super das ist echt das beste ich muss die Waffe wirklich hier weg machen unbedingt kann es doch nicht sein dass ich da immer aufpassen muss ich brauche da drüben halt noch eine Affilerie ich könnte auch mal ein bisschen schneller gehen diese Sandsäcke wenn die so billig sind ähm hier wollte ich zumachen da kommst du nicht rein vergiss es der wollte echt rein wird gebaut einmal hin jetzt kann ich mich eigens bisschen in die gegnerische Basis reinbauen werde ich natürlich nicht machen nur schön nur eine Raffnerie hier haben ja warum wir jetzt in Gruppen kuscheln ach der guckt mal von selber oder was hätte ich fast gedacht das wäre ja schön gewesen breche auf breche auf so noch ein Panzer und dann baue ich das ab hier kann ja nicht wahr sein wird gebaut Konstruktion fertig Konstruktion so weg damit unbedingt weg damit jawohl Sir in Ordnung wird gebaut und nebenbei müsste ich irgendwas bauen ich kann ja nicht kein anderes Gebäude leider gleichzeitig bauen wird gebaut aber ich brauche gleich noch eine Raffinerie also Geld dafür Konstruktion fertig Einheit bereit wird gebaut warum greift mich der Feind jetzt eigentlich nicht an Tiberium ist übrigens alle wird gebaut Konstruktion fertig Danke dass du da einfach reinfährst die geplanten Bauflächen Konstruktion fertig wird gebaut ich glaube dann verkaufe ich den Kram auch direkt wieder wird gebaut und das sollte jetzt langsam noch reichen Konstruktion fertig